Eine 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Kronberg-Kronberg im Taunus. Das im Jahr 1985 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.